Steff-Jerkel, ich zittere noch, wurde mit Messer bedroht. Ich zittere immer noch vor Hass und Wut, beginnt Stefan Steff-Jerkel, 53. Seinen neuesten Instagram-Beitrag. Was folgt, ist eine Horrorgeschichte, der Goodbye-Deutschland-Star sei gemeinsam mit seiner kleinen Tochter Josefine an einer Tankstelle gewesen, um die Reifen seines Autos aufzupumpen. Da die Stelle gerade belegt war, habe sich Jerkel schräg daneben gestellt. Kurz darauf sei ein Mann eingetroffen, der Gleiches im Sinn hatte und anfing, das TV-Gesicht anzuschreien. Der Mann solle aufhören, zu pöbeln, habe Steff gesagt, da seine Tochter schon verängstigt gewesen sei. Da zieht der Geisteskranke ein Messer und sagt, normalerweise müsste ich dich jetzt abstechen. Da habe ich ihn instinktiv zur Ruhe gestellt, das ging alles so schnell, berichtet der TV-Auswanderer. Danach habe sich die Situation zwar entschärft, der Schock habe dennoch tief gesessen. Josefine habe natürlich geweint. Steffs Ex-Partnerin und Mutter der kleinen Peggy Jerovke. 47, ist fassungslos. Darf nicht darüber nachdenken, was hätte passieren können. Und das noch alles vor den Augen unserer kleinen Josefine, kommentiert sie das Video. Antonia Hemmer, 23, und Patrick Romer, 27, lernten sich bei Bauer Suchtfrau kennen und lieben. Sie galten als wahres Traumpaar. Als sie 2022 am Sommerhaus der Stars teilnahmen, wurde die so rosig scheinende Beziehung jedoch schnell von Respektlosigkeit überschattet. Immer wieder machte der Bauer seine damalige Partnerin nieder. Die Konsequenz, kurz nach der Ausstrahlung im November 2022 gaben die beiden das Lieb Esaus bekannt. Nun tritt Antonia erstmals allein in einer TV-Show an, und packt umgehend über ihren Ex aus. Im Auftakt der vierten Staffel von Kampf der Reality-Stars, ab 12. April auf RTL 2, lässt die 23-Jährige die Trennung von Romarewe passieren. Trotz der Trennung habe sie versucht, Gespräche mit Patrick zu führen, Differenzen aus dem Weg zu räumen. Der Bauer hingegen sei wenig versöhnlich gewesen. Du kannst dich schon trennen, aber dann war es das Halt mit dem Fernsehen, soll er zu ihr gesagt und hinzugefügt haben, du weißt schon, dass sich keiner für dich interessiert. Zudem habe er betont, dass Antonia keine reißende Persönlichkeit habe und dementsprechend ohne ihn nicht mehr engagiert werden würde. Daher sei die sich sicher, dass ihr Ex-Partner ihr die Teilnahme an Kampf der Reality-Stars nicht gönnen würde. Antonias Mitstreiter, innen, darunter Matthias Mangiapane, 39, sind aufgrund dieser Enthüllungen fassungslos. Antonia zeigt sich allerdings siegerisch, ist froh, für diese Sendung angefragt worden zu sein, so konnte sie den Hund, wie sie Patrick kurzerhand nennt, eines Besseren belehren. Antje und Arne haben sich 2022 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Vor sechs Monaten ist die 32-Jährige zu dem Milchbauern gezogen, und nun wagen sie den nächsten großen Schritt. In dem Osterspeche Was ist denn auf den Höfen los, hat Antje ihrem liebsten vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag gemacht. Um Arne zu überraschen, hat sie ihm ein Jalsi-Kälbchen geschenkt, in dessen Fall ein Herz rasiert wurde. Außerdem trägt das Tier ein Schild mit der Aufschrift Marimi, DT, heirate mich, um den Hals. Kurz nachdem Arne das Kalb erblickt, fällt Antje auf die Knie und macht ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung, und stellt die Frage aller Fragen. Ja natürlich, Antje, antwortet der Bauer sichtlich bewegt. Wenig später posten die beiden auf Instagram einen Schnappschuss als frisch verlobtes Paar. Auch das Kalb ist natürlich auf dem Bild zu sehen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, schreiben die Verliebten dazu. Die Fernseh-News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, RTL de, Instagram.com, RTL 2 Verwendete Quellen, RTL 2 Verwendete Quellen, RTL 2